Hafengeflüster Hallo, schön, dass du da bist. Suche dir einen Platz, an dem du dich wohlfühlst. Setze dich aufs Bett, auf den Boden oder vielleicht auf einen Stuhl. Schau, was dir am besten gefällt. Mach es dir richtig gemütlich und schließe deine Augen. Hole einmal ganz tief Luft und puste sie wieder aus. Noch einmal Luft holen und auspusten. Und ein letztes Mal Luft holen und auspusten. Sehr gut. Es ist Winter. Nun schon einige Zeit. Meist wird es dennoch im Januar noch etwas kälter als im Dezember. Der Winter ist die vierte und kälteste Jahreszeit. Oft kommt Frost, Glätte und Schnee. Tiere und auch Pflanzen machen Winterschlaf. Das erkennst du daran, dass die Bäume keine Blätter mehr tragen und viele Tiere kaum noch zu sehen sind, weil sie sich einen warmen Unterschlupf in einer Höhle oder unter der Erde gesucht haben. Was beobachtest du im Winter? Was beobachtest du im Winter? Was ziehst du an, wenn du rausgehst? Was brauchst du alles, um warm zu bleiben? Und was spielst du gern im Winter draußen? Ist es anders als im Sommer? Überlege dir einmal, was du am Winter gerne magst. Was gefällt dir an dieser Jahreszeit? Stell es dir einmal vor, was du noch gerne im Winter erleben möchtest. Vielleicht schneit es auch und du magst gerne im Schnee spielen. Einen Schneemann bauen oder eine Schneeballschlacht machen. Schlitten fahren macht dir vielleicht auch ganz viel Spaß. Oder gehst du auch manchmal Schlittschuh laufen? Es gibt wirklich schöne Dinge, die du im Winter machen kannst. Überlege dir einmal was. Was würdest du noch alles gerne machen? Nun hole noch einmal tief Luft und puste sie wieder aus. Mache deine Augen ganz langsam wieder auf. Hab nun einen schönen Tag und viel Spaß beim Spielen in der Winterzeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ahoi und Namaste.